Deutsch lernen Lektion 16 Konjunktiv Ich bin kein Vogel. Ich kann nicht fliegen. Wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich fliegen. Konjunktiv 2 Nicht wirklich, irreal, oft mit Bedingung, wenn. Wenn ich ein Vogel wäre. Ich bin. Ich wäre. Ich habe. Ich hätte. Ich kann. Ich könnte. Ich muss. Ich müsste. Ich werde. Ich würde. Ich weiß. Ich wüsste. Ich komme. Ich käme. Ich fliege. Ich flöge. Umgangssprache Ich käme. Ich würde kommen. Ich flöge. Ich würde fliegen. Wenn ich ein Vogel wäre, könnte ich fliegen. Das Gegenteil ist real. Ich bin kein Vogel. Ich kann nicht fliegen. Wäre ich ein Vogel, würde ich hier nicht sitzen. Ich bin kein Vogel. Ich sitze hier. Wenn es regnen würde, müsste ich die Blumen nicht gießen. Es regnet nicht. Ich muss die Blumen gießen. Sie würden dir sicher helfen, wenn sie könnten. Sie helfen dir nicht. Sie können nicht. Gegenwart Wenn ich das wüsste Vergangenheit Wenn ich das gewusst hätte Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht zu dir gekommen. Er hätte uns sicher geglaubt, wenn wir ihm den Brief gezeigt hätten. Er hat uns nicht geglaubt. Wir haben ihm den Brief nicht gezeigt. Wir hätten das Auto gekauft, wenn es nicht kaputt gewesen wäre. Wir haben das Auto nicht gekauft. Es war kaputt. Höflichkeit Wunsch Ich möchte Ich würde gern Ich hätte gern Würden Sie bitte Könnten Sie bitte Ich würde gern Ich würde gern zahlen Ich möchte zahlen Aber Ich würde zahlen Ich zahle nicht Ich hätte gern ein Eis Ich möchte ein Eis Aber Ich hätte ein Eis Ich habe kein Eis Würdest du mir bitte helfen Könntest du mir bitte helfen Würden Sie mir bitte helfen Könnten Sie mir bitte helfen Erwartung Erwartung Wunsch Empfehlung Das Paket müsste heute ankommen Eigentlich hätte das Paket gestern ankommen müssen Es sollte ankommen Aber es ist nicht angekommen Wenn ich doch bloß schon zu Hause wäre Leider bin ich noch nicht zu Hause Hättest du doch bloß angerufen Leider hast du nicht angerufen Hättet ihr das nur nicht gemacht Leider habt ihr es aber gemacht Wenn ich du wäre Würde ich noch warten Ich an deiner Stelle Würde noch warten Du solltest noch warten Ich könnte schreien vor Wut Ich bin sehr wütend Aber ich schreie nicht Was machen wir heute? Wir könnten ins Kino gehen Der Konjunktiv 2 Gegenwart Der Konjunktiv steht für Wünsche, Träume und Irreales Oft sagen wir Ach, hätte ich nur viel Geld Ach, hätte ich nur eine tolle Figur Ach, hätte ich nur 360 Tage Urlaub im Jahr Ach, hätte ich nur einen Porsche Den Konjunktiv bilden wir aus dem Verb Würde plus Infinitiv Die Bildung von Würde Präteritum von werden Ich würde Plus Umlaut Ich würde Wir konjugieren Würde Ich würde Du würdest Er, sie, es würde Wir würden Ihr würdet Sie würden Ich würde